Hallo, ich bin der OMEA. Ich bin im dritten Lehrjahr als IT-Systemtechniker bei der Firma Havle am Standort Vöcklerbruck. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil er zukunftsorientiert ist, es viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, vom Systemadministrator bis zum Softwareentwickler. Man lernt vom First Level Support bis hin zur Instandhaltung des ganzen Netzwerkes. Hallo, ich bin die Sarah. Ich bin im ersten Lehrjahr als Betriebslogistikkauffrau in der Firma Havle Frankenmarkt. Ich habe mich für den Beruf entschieden, da der auch viel Abwechslung mit sich bringt. Man sitzt nicht nur im Büro, sondern ist auch in der Halle tätig. Teil der Ausbildung ist es auch den Staplerschein zu machen. Ich habe mich für die Firma Havle entschieden, da ich während dem Schnuppern gemerkt habe, welche tolle Ausbildung man da kriegt. Hallo, ich bin die Lisa. Ich bin im dritten Lehrjahr als Industriekauffrau bei der Firma Havle in Vöcklerbruck. In der Lehrzeit bei der Firma Havle rotieren die kaufmännischen Lehrlinge alle drei Lehrjahre in den verschiedensten Bereichen. Und dort lernen wir dann die Tätigkeiten und Abläufe, die es pro Bereich gibt. Jeder Tag ist anders und auch wir Lehrlinge dürfen von Anfang an bei vielen Projekten und organisatorischen Themen mithöpfen. Wenn unsere Lehrberufe dein Interesse gewickt haben, dann schick uns doch eine Bewerbung. Wir freuen uns auf die. Bis dann. Bis dann! Bis zum nächsten Mal.